So Leute, hier seht ihr die Modellbahn noch. Ich hab nochmal alle Züge fahren lassen. Die werde ich gleich abbauen. Ich werde das alles filmen. Irgendwie wird das schon... Ich werde das alles in die Verpackung tun. Erstmal bei den Lockschuppen wahrscheinlich nicht. Den werde ich irgendwie stehen lassen, weil das ist echt... nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, den aufzubauen. Ja, das tue ich jetzt alles in die Boxen. Für mich dabei spiele das dann ganz schnell ab. Ja, dann seht ihr die leere Platte und dann kommen irgendwann Videos, wo ich nach und nach hier alles schön aufbaue. Also, bis gleich. So, das könnte klappen. Ja, wir müssen da alles sehen. Ist übrigens mitten in der Nacht, möchte ich erwähnen. Also, ja, ist mitten in der Nacht halt. Los geht's! Ja, wir müssen da alles sehen. 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 Ja, wir müssen da sehen. Ja, wir müssen da alles 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 sehen.